Mein Humor ist eigentlich immer richtig, nur das Publikum ist falsch. Das ist mir aufgegangen, als ich in eine Polizeikontrolle gekommen bin. Und der Polizist hat gesagt, ja, der Scheinwerfer ist kaputt. Und ich hab gesagt, ja, wusste ich nicht, was machen wir jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, steigen Sie mal aus dem Auto aus, gehen Sie aus unserem Auto rum, hauen Sie auf den Scheinwerfer, meistens geht's dann wieder. Und ich hab gedacht, okay, der will dich auf jeden Fall verarschen, aber egal, mach, was er sagt. Ich hab mich auf den Scheinwerfer gehauen und er ging wieder. Ich hab ihn so fassungslos angeguckt und er hat gesagt, ja, ist häufiger bei dem Hotel so. Und dann standen wir so unschließlich voreinander und dann meinte er so, ja, was kann ich ja sonst noch für Sie tun? Als wäre das so eine besondere Serviceleistung von ihm. Und er meinte dann so, soll ich vielleicht mal den Kofferraum kontrollieren? Haben Sie da vielleicht eine Leiche drin? Ja, obwohl für eine Leiche ist es eh zu klein, oder? Und dann hab ich gesagt, nee, für ein Kind reicht's. Richtiger Humor, falsches Publikum.